Musik Neulich war ich nach langer Zeit mal wieder in der Stadt, in der ich geboren wurde. Sie stand immer noch da, wie zu erwarten. Irgendwas stimmt nicht, dachte ich. Die Bäume waren zu groß. Das war's, was nicht stimmte. Das hatte mich gestört. Da musste ich lachen. Was Blödes ist auch klar, dass Bäume wachsen, wenn man eine Weile weg ist. Aber dann musste ich plötzlich gar nicht mehr lachen. Die Bäume hatten ganz schön was geleistet in der Zeit, wo ich weg war. Und ich dachte, was, wenn mir jetzt zum Beispiel mein alter Fahrlehrer begegnet und mich fragt, wo ich so lange gewesen bin. Und was ich geschafft habe in der Zeit. Wenn ich dann antworten müsste, zur Zeit spiele ich manchmal Klavier in Kaiserslautern und trenne mich von meiner Frau, mit der ich zwei Kinder habe. Dann würde mein Fahrlehrer doch sagen, das hätte es auch hier erledigen können. Bis zum nächsten Mal. Dann lasst uns. J martin,今日. Bis zum nächsten Mal.